Activate Blippi Station! It's time to get up and shout. I wonder what we'll learn about Blippi! Du hast recht, Dibo. An dem Weihnachtsbaum leuchten gar keine Lichter. Und Lichter sind für mich einer der schönsten Dinge an Weihnachten. Jaha! Aber wisst ihr, was wirklich das Allerschönste an Weihnachten ist? Oh! Hey! Ich bin Blippi und das ist Dibo. Hallo ihr! Ich bin Barry, der Schneemann. Also Blippi, weißt du denn, was das wirklich Allerschönste an Weihnachten ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich frage mich, was ist der beste Teil an Weihnachten? Oh, du hast eine Nachricht! Oh, oh! Schau nach, was drin steht! In der Nachricht steht, um den wahren Sinn von Weihnachten zu erfahren, müsst ihr euch trauen, dieses Abenteuer zu wagen. Es ist ein Abenteuer mit Hinweisen, die dich zu weiteren Hinweisen führen! Folgen wir dem Hinweis in diese Richtung. Oh nein! Das Tor ist verschlossen! Hm, vielleicht kann ich helfen. Gut gemacht, Barry! Wow! Seht mal! Diese Zuckerstangen führen den Berg hinauf! Hey! Seht mal da oben! Da ist ein Hinweis auf der letzten Zuckerstange. Über die Seilbahn musst du gehen, um den nächsten Hinweis zu sehen. Ho, ho, ho! Da ist ein Seil. Aber nichts, um sich festzuhalten. Wie kommen wir darüber? Äh, vielleicht kann uns meine Nase wieder helfen. Ich kann helfen? Hallo, ich bin Candy. Ich weiß, wie wir schnurstracks darüber kommen. Oh, haltet euch gut fest! Danke, Candy! Juhu! Juhu! Oh, seht mal! Weißt du nicht, was du als nächstes tun sollst? Geh durch den Wald für deinen nächsten Hinweis. Oh, da ist ein Weg durch den Wald. Mir nach! Hm, welchen Weg sollen wir nehmen? Ich glaube diesen hier. Ich glaube dieser hier. Ich hab's im Gefühl. Hi, hi! Ich bin Holly. Und heute ist wirklich euer Glückstag. Ich kann euch den Weg aus dem Wald zeigen. Mir nach! Danke, Holly! Es ist derselbe Weihnachtsbaum, Divo. Oh, schaut mal! Ein Hinweis! Für das Weihnachten, das du begehrst, schaue unter einem Hut ganz in der Nähe nach. Ist es vielleicht dein Hut, Barry? Hast du diese Weihnachtsschnitzeljagd etwa die ganze Zeit geplant? Ja, das stimmt! Ich hab mir diesen Plan ausgedacht, damit alle Zeit miteinander verbringen können, weil das das wirklich Allerschönste an Weihnachten ist. Oh, dein letzter Hinweis! Soll das Weihnachtsfest euch alle entzücken, platziert einen Stern hoch oben auf dem Baum, um ihn zu schmücken. Der Baum ist gemeint. Aber wie bekommen wir den Stern nach oben? Hm, wartet! Wir könnten zusammen eine Weihnachtsleiter machen! Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Ihr seht alle fantastisch aus! Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Eines der schönsten Dinge an Weihnachten ist, die Feiertage mit Freunden und auch der Familie zu verbringen. Antwort hochladen, Divo. Fröhliche Weihnachten! Und fröhliche Feiertage zusammen! Ich sehe den Mond, die Sterne und ist das ein Planet? Oh, tatsächlich, Taps! Wow, es gibt ein ganzes Gebiet da draußen im Weltraum mit Planeten und der Sonne. Das nennt man das Sonnensystem. Hm, ich frage mich, welche Planeten es im Sonnensystem gibt. Gute Idee, Taps! Lass uns in den Weltraum fliegen! Ich brauche einen Raketenbooster! Raketenbooster bestätigt! Aktiviere Blippi-Station! Jetzt ist es an der Zeit, Planetengröße zu bekommen. Wachse! Richtig, Taps! Wir sind im Weltraum! Wow, ein Meteor! Hey, ich bin's, Blippi! Willkommen im Weltall! Ich bin Mary der Meteor. Ich bin hier, um alles über die Planeten in unserem Sonnensystem herauszufinden. Es gibt acht Planeten in unserem Sonnensystem. Dann wollen wir sie mal kennenlernen, oder? Am nächsten an der glühenden Sonne sind die beiden kleinsten und heißesten Planeten, Merkur und Venus. Wow, ist das heiß! Wir sollten gehen! Der dritte Planet ist deine Heimat, die Erde. Hi, Mama! Und dann ist da noch der Mars, der rote Planet. Der Mars ist rot, weil er mit rostiger Erde bedeckt ist. Huh! Atch! Das ist ganz schön viel Staub! Weiter geht's! Als nächstes kommt der Riese Jupiter. Größer als alle Planeten zusammen. Aber er macht mir keine Angst. Huh! Wir sollten gehen! Wir sind jetzt ganz schön weit weg von der Sonne! Willkommen bei Saturn und seinen Ringen! Wow! Sie sehen wunderschön aus! Können wir näher rangehen? Ja, natürlich! Wow! 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 Yeah! Yeah! Warte! Wir sind noch nicht fertig. Zu deiner Linken ist Uranus, Milliarden von Meilen von der Sonne entfernt. Ziemlich kalt. Und nun ein Applaus für den am weitesten entfernten, windigsten und kältesten Planeten. Neptun. Neptun. Wow! Ich habe die Antwort auf meine Frage. Welche Planeten gibt es in unserem Sonnensystem? Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun? Antwort hochladen, Tabs! Danke für die Tour, Mary! Das war toll! Bis dann, Blippi! Zeit für einen Schauer! Einen Meteoritenschauer! Tschüss, Mary, der Meteor! Tschüss, Möchtung! Tschüss! Vielen Dank.